Ich war noch nie so spannend wie mit den drei Typen hier im Stuhl. Mit den drei Typen? Hey, die drei Typen. Der Typ Rott, der Typ B-Laut. Das kann man eigentlich jeder Frau noch raten. Warum sich seine Liebe an ein oder zwei Typen verschwenden? Darüber haben wir gestern auch diskutiert, aber dazu sage ich nicht mehr. Du und dein Frauenkegel? Genau, ja, meine Therapiegruppe. Wie komme ich von der Nymphomanie weg? Ja, gar nicht, gar nicht. Gar nicht, ist unheilbar. Was ich übrigens sehr schön finde, nein, kein Thema, wir bleiben jetzt noch kurz dabei. Ich finde es sehr fair von dir, dass du dir Schuhe genau in der Farbe und wo es Albums besorgt hast. Ja, ich wusste vorher, ich habe gedacht, wie kann ich nicht einstimmen und dann habe ich mir... Das heißt einschleimen, das heißt nicht einstimmen. Och Mann, sei doch nicht das Grausamste, Mühler. Du meinst runter mit den Spendierhosen, unsichtbare Ausrufezahlen? Genau. Ihr solltet mal meine schönen Schuhe sehen, wirklich hellblau. Das ist hervorragend zu, Erzschuh. Eisblau, Eisblau, bisschen Farbe. Meine Schuhe sind eisblau, lerne ich gerade. Hellblau klingt ja leicht homophil, aber eisblau klingt schon viel härter. Also ihr lasst mich schnell hier nicht fertig machen, Ruhe. Okay, gut. Okay, wir sind jetzt mal so lange ruhig, bis du uns ein Fragesteller hast. Genau, ich möchte mal was richtig Privates hören, ja. Und zwar, wie ist es so Samstags? Früher habe ich immer gedacht, hey, alle Stars, Promis gehen Samstags aus, geben sich so richtig. Hängt ihr auch mal zu Hause auf dem Sofa rum, gammelt, guckt ran und dann wetten das? Gibt es sowas? Nee. Nee, das ist doch... Gehst du ein bisschen näher an den Kruppeln? Ja, hier ist der Rod González von den ersten Ausbildungen. Ausbildungen. Ja, klar, ich gammel auch gerne mal, aber ich gammel nicht bei Wetten, dass... Also ich gammel dann höchstens mal... Also ich sitze auch schon mal vorm Fernsehen vormittags, wenn Frau mit 1 ist oder so, alle zwei Wochen. Aber ansonsten gammel ich eigentlich oftmals mit meinen beiden Kollegen hier. Wir treffen uns, wir gammeln. Wir gammeln so rum in Studios, gammeln... Genau, mit schlecht sitzenden Königskostüm, wie bei Viva zum Beispiel. Bei Papier und Schiff? Wie ja, ähm, Fakt ist als Popstar, und ich glaube, das ist jetzt universell für fast alle, gilt das für fast alle Popstars, wenn man am Samstag ausgehen will und man ist jetzt nicht so verklemmt wie sehr viele und geht sowieso nur mit Bodyguards raus, sondern so wie wir eigentlich Leute, die ja so durchaus auch gerne auf sich allein gestellt sind, dann ist Samstag der falsche Tag für uns zum Ausgehen. Ich meine, das war früher nach Punk-Szenen und das war Samstag eigentlich auch der uncoolste Tag, aber ich meine, am Samstag sind halt wirklich alle Touristen und alle Schichtler, wie die Münchner sagen, unterwegs und dann ist natürlich die Chance erkannt zu werden als Person, das ist offentlich eben viel höher und dementsprechend hast du oftmals auch Stress und jemanden, der den ganzen Abend nur abkaut oder sonst wie, und das ist dann nicht so angenehm für uns. Also unsere Samstage verbringen wir tatsächlich recht häufig zu Hause. Wir gehen eher so dienstags aus. Da ist zwar immer wenig los, aber wir sind natürlich unterwegs. Eines wollte ich aber auch noch sagen, auch wenn es die anderen beiden jetzt sehr langweilen wird, weil jetzt will ich mich auf mir sitzen lassen, ich sehe nie fern. Du siehst nie fern? Nein, ich habe keinen Fernseher, nein. Ehrlich? Ja, ich finde das absolut dumm. Ja, aber dann kannst du ja auch gar nicht Bela zum Beispiel sehen. Das stimmt, das ist auch echt ein Problem. Also wir haben, letztes Mal haben wir das so gemacht, dass er eine Videokassette in den Tourbus mitgenommen hat, weil im Tourbus haben wir Fernseher mit Video und da hat er mir das dann mal gezeigt. Was? Deinen Trailer. Wie Fernseher? Den Trailer. Den Trailer. Den fernigen Film war ich noch gar nicht. Aber Bela, erzähl mal, du machst gerade so ein bisschen was filmtechnisch? Ich habe einiges gemacht in letzter Zeit. Also in diesem Jahr war es auch schon ein Kurzfilm und eine kleine Rolle in einem Kinofilm, wo nächstes Jahr habe ich auch einen Song für geschrieben habe. Ein paar Songs habe ich auch für einen Film, der Anfang des Jahres rauskam, geschrieben. Das war nicht so gut abgegangen, die Lieder, die waren aber ganz toll. Und spiele jetzt demnächst noch in einem Kinofilm mit. Also wird jetzt gedreht, der irgendwann Ende nächsten Jahres dann ins Kino kommt. Mit wem ist der sonst, außer dir? Heino Ferch und Heike Makatsch und noch drei anderen ganz tollen Schauspielern. Hochkarätige Besetzung. Heike kennst du auch noch ganz gut, oder? Heike kennst du auch noch ganz gut, wir sind befreundet. Wir haben auch schon mal zusammen gesungen und wir kennen uns auch von davor bei Viva und später bei Bravo TV. Ich kenne dich von davor und von dahinter, oder? Machen wir mal kurz noch von ganz davor. Aber die Ärzte früher, einen der Songs, den wir vorhin in der Redaktion noch schön kollektiv gesungen haben, war... Und bin ich schon nervös? Ja, drei Männer machen mich nervös. Genau, als die Ärzte noch Gangster-Rapper waren, haben sie über kleine Astronauten gesungen. Was fällt euch noch zu dem Song ein? War das zweite Lied, was ich jemals für die Ärzte geschrieben habe. Das erste war Geschwisterliebe. Beide sind mit 15 entstanden. Aber du hast, genau, und wir haben der kleine Astronaut... Stimmt, haben wir noch zusammen... Der lustige Astronaut, der kleine Astronaut. Aber haben wir, haben Farin und ich mal in meinem Kinderzimmer in Spandau, Berlin-Spandau... Irgendwie meine Eltern waren im Nebenzimmer mit Hilfe von zwei Kassettenrekordern, mehrspurig dann aufgenommen. Genau, immer Geräusche gemacht, war auch Stereo, war auch ein Kassettenrekorder aufgenommen, dann zum anderen rüber und dann noch drüber gesungen, mit Löffeln auf den Tasten, Schlagzeug gespielt. Ich hab die Aufnahme noch irgendwo. Da steht fucking Felsenheimer drauf. Und das war damals, glaube ich, auch damals noch nicht für die Ärzte, da waren wir noch bei Soll im Grünen. Also hören wir jetzt sozusagen die Ausdünstung von 15-Jährigen? Absolut, genau. Habe ich schon erwähnt, dass sie drin im Tumarkäbis riecht? Ja, okay, können wir noch versuchen, mehr Fenster aufzureißen? Stimmt überhaupt nicht. Nein, nein, es liegt nur an meiner Hose, ich ziehe sie wieder an. Okay, runter mit den Spendierhosen, die anderen. So viel zu den Ärzten 1982. Ja, wir müssen uns gleich verabschieden. Ich will immer noch ein paar Sachen wissen, weil die Fans uns natürlich gefragt haben. Was ist mit Tour und was ist vor allem mit Geheimtour vorher? Weil ich habe gelesen, die normale Tour geht erst im März los. Im März geht die Tour los. Es sind also die paar Tourdaten, die auf unserer Website www.bademeister.com stehen. Oder demnächst auf dem Inlay unserer neuen Single. Auch das sind immer noch nicht alle Tourdaten. Aber eine Geheimtour wird es, also so viel kann ich verraten, wird es davor nicht geben, weil wir brauchen auch mal ein bisschen Urlaub. Und danach wird es, wenn es eine Geheimtour gibt, wird es sie nicht im Radio bekannt gegeben. Weil geheim... Heißt geheim. Scheiße, ich habe gedacht, ich kann euch ein bisschen verarschen, aber da ist ja nichts. Okay, also nichts. Du wolltest dich verarschen, du wolltest uns reinlegen. Ja, genau. Ich warst dir anzufragen. Na toll, na toll. Das willst du nicht. Der einmal der erste Verarscher, der hat danach so ein komisches, leeres Gefühl in sich. Im Magen. Ich habe sie doch nicht eingeschrieben. Ich wollte euch noch eine Sache schnell zur DVD wissen. Es kommt ja eine neue... Es kommt die erste DVD von den Ärzten überhaupt raus. Die ist schon draußen, am 23. Genau wie das Album am Montag kam sie raus. Okay. In jeden Fall fand ich das Lustigste, was ich drüber gelesen habe, dass man Karaoke-Songs von den Ärzten singt hat, in vier Sprachen. Welche Sprachen? Schwedisch, Spanisch, Japanisch. Nee, Schwedisch. Finnisch, Japanisch, Schwedisch? Schwedisch, Japanisch, Mexikanisch und Deutsch. Und Deutsch, genau. Und was heißt, manchmal haben Frauen ein bisschen hau gern auf Mexikanisch? Haben, hast du vergessen. Manchmal haben Frauen. Haben, manche haben Frauen. Auch Mexikanisch. Manchmal, äh... Äh, pfff... Oh, wow. ...ten ein bisschen... ...violenzia. Autos. Autos. Valenzia? Violenzia. Ach so, violenzia. De vez en cuando hay que begal a las mujeres. De vez en cuando. Ab und zu muss man Frauen hauen, genau. Okay. Ja, das ist aber nicht unsere Meinung, natürlich. Ich habe aber selbst erlebt auf dem Song, dass so viele Reaktionen kamen hier von den Mädels in der Redaktion, die meinten, ähm... Jetzt kurz, sonst kannst du es nicht ausspielen. Schnell, schnell, schnell. Das ist nicht frauenfeindlich. Und das haben das eigentlich auch immer eher Typen so empfunden. Typen haben so empfunden? Ja, weil die nämlich Angst haben, dass sie sich bei Frauen ein schlechtes Kind machen. Okay. Also Mädels, ihr könnt beruhigt sein. Lehnt euch zurück. Hört genau den Text an. Er ist null frauenfeindlich. Das war eine Stunde mit den Ärzten. Vielen Dank. Ich liebe dich, Susanne. Ich liebe dich auch, Fabian. Hab ich das denn gesagt? Ich liebe dich, Susanne.